Das Postdoc Office haben wir Anfang 2018 gegründet, weil wir Postdocs ganz gezielt Unterstützung bei ihrer Karriereentwicklung geben wollen. Ich bin heute hier auf dem Postdoc Day, der schon seit mehreren Jahren gemeinsam von den Postdocs des FMP und des MDC organisiert wird. Und wir haben es über die Jahre tatsächlich geschafft, es soweit auszudehnen, dass mittlerweile Postdocs von den verschiedensten Instituten innerhalb von Berlin teilnehmen. Der Postdoc Day hat jedes Jahr ca. 100 bis 150 Menschen. Aber wir wollen mehr Menschen erreichen, weil die Postdoc Day ist für alle Postdocs in Berlin. Und es gibt so viele Forschungsinstituten in Berlin. Und wir würden alle diese verschiedenen Leute hier sein, um uns zu beantworten, in diesem Bereich zu beantworten und auch zu networken, um die Leute in der Postdoc-Association und die anderen Postdocs in Berlin zu beantworten. Postdoc Day 2020, ihr könnt auf es. Und wir hoffen, dass viele mehr Leute zu beantworten. Koordin! Đ Untertitelung des ZDF, 2020